Start! 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 Wenn du das so weißt. Ich hab mir ein bisschen Licht angekommen lassen. Warum hab ich so happy sein sollen? Hast du mir jetzt auch angestellt? Ich nicht. Nur jetzt ist es da. Ah. Wie will ich diese alte Karte? Äh. Ich würd gern anmachen. Einer tot. Sind deine Horte oder was? Was hast du die Gasfresse jetzt in eure Karte? Aua! Ah, scheiße. Jetzt ist es explodiert. Ähm. Hast du was eigentlich? Ja, der hat mir einen guten Hauptsensor eingepackt. Hab ich gleich wusste, dass er da ist. Du würdest gehen oben machen, dann mach ich unten auch gut durch. Du kannst es nicht mehr abmachen. Aber hinten ist er rein. Und warte drauf, dass du kommst. Wo? Garten hinten. So? Nee, würd ich nicht aufmachen. Musst du aufmachen. Ja, ich kann jetzt dann auch hin. Äh. Ja, ich kann jetzt dann schon mal. Ja, ne? Ja. Ah, ja. Jetzt haben wir schon die Dachkonstruktion oben. Nee. Äh. Ja, aber oben ist schon wieder alles offen. Was ist das? Das ist viel zu heiß bei mir. Ich hab die Garnate nicht gesehen. Ich hab die Garnate nicht gesehen. Leeroy! Ah, ja. Scheiße. Ach, jetzt hast du gleich mal darin direkt weggenommen. Boah! Der hab ich gehört. Hätte ich schaff's noch rein. Geht das? Kann man da so schnell rennen, dass man dem Ding entkommt? Weiß ich nicht. Scheiße. So. Jetzt haben sie versagt. Ja. Dann ungefähr aufs selbe, äh, halbezentrale Höhe. Bitte. Hier zwei. Aufs selbe Position. Oder er kämpft im Gang oben? Im Gang? Ja. Da bin ich jetzt gerade die ganze Zeit nochmal runtergegangen. Ah, da. Äh. Und den kann ich jetzt den Paisen nicht drauf schießen, oder was? Was ist denn das? Der ist nicht mehr gestanden. So ein Camper, was? Den kann ich jetzt den Paisen nicht drauf schießen. Äh. Jetzt ist er schon das weg. So. Jetzt hab ich auch einmal da. Schau, dass du wegkommst. Ja, ich denke mal, der wird jetzt der andere reinherrollen. Ja, aber so schnell ist er eigentlich. Was heißt jetzt da hacken? Was kann ich hacken? Äh. Wenn er sein Mikrofon, dass er nicht trägt. Wo bist du oben? Ich bin oben. Im Garten, oben Ziel, ist noch in Wiener. Ja, da ist es eh schon fertig. Ne. Achso, ja. Du kannst eigentlich schon mal unten weitermachen. Ich denke nicht, dass er jetzt nicht mehr Geld hat. Problem ist, der ist ziemlich nah. Welcher? Der Dein? Der bei mir, ja. Da ist der Neutralisation Process Interrupted. Du hast dich jetzt unterbrochen. Was? Jetzt hier, oder? Ich hab's gerade auch gefunden. Ja, ich weiß nicht, der Strawanster die ganze Zeit immer runter. Doch der hat mir einfach die... Achso. Der hat mir die Flashback wegkauft. Äh. Oder wir sind ja nicht mehr da. Oder ich schaff' damit. Weil die Zeit halt abgelaufen ist. Ach, das ist bestimmt die Zeit. Ja, eineinhalb Minuten. So. 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 Geht's dir rein oder kommst du zurecht? Ich bin rechts drin unten. Kannst du dich runterkommen? Ah, also geh. Vielleicht schauen wir mal ein bisschen. Ja, schaff's schon. Ja, wenn jetzt da irgendwas explodiert, dann schauen wir's nicht. So, halt. Du bist rechts drin. Ja, und der andere ist irgendwelche... Oh, der sind ja die Hände. Pass auf. Ja, aber dann ist er doch hinter dir hier. Ja, dann rennen... Rennen Mainhall oder so. Au. Jetzt renne ich nicht mehr. You've been detected. Er kommt rein zu dir. Er kommt rein. Weil ich nimm's da nicht von hinten. Geht das? Ja. Mit A. Wurdle, warum bin ich jetzt detected worden? Ich schieß die Kamera aus, geh in ihren normalen Sichtradios und dann bin ich detected von einer kaputten Kamera. So was kostet mich an, wenn das Sprün wieder nicht funktioniert. Dann schleicht man Minuten lang ameinander und dann wird man durch einen Bug getötet. Und durch einen Mitspieler, der alles ameinander stellt und nicht mehr fliegen kann. Ich meine die Kamera. Das ist das auch noch vorbei. Ja. Jetzt ne. Das ist doch noch vorbei. Was ist denn das? Das ist ein Schlung! Hau noch um die Griffe! Ich weiß jetzt, ich finde ja nur einen Spy-Tracker drin. Oben ist jetzt keiner mehr am Leben. Ja. Der ist tot. Aber ich mach jetzt oben. Ich bin ja drückst nie mehr. Ich schaue mich nicht mehr. Ach, du bist oben? Ja, ich bin ja immer oben. Ja, aber du kannst ja schon weiter. Wow! Springen runter, du kannst ja überall runter springen. Soll ich jetzt unten machen oder was? Ja, ich bin ja weiter runter. Soll ich das jetzt richtig gesehen habe. Mann, Mann, Mann. So, die stehen wir jetzt da von hinten. Ja. Soll ich jetzt mal bei dir oder was? Mhm. Hm. Naja, weiß ich nicht. Ja. Scheinbar auf einer geht jetzt scheinbar wieder runter. Jetzt ist der. Au. Au. Wau. 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 Irgendwer oben rein. Unten. Nein. Dann machen wir mal, dass die Wege gehen. Boah, woher weißt du, wo ich bin? Seid ihr beide oben? Ja, der hat mich festgenautet. Ich verpfeife mich jetzt. Seid? Ja. Ich glaube schon ein Ziel. Ich mache die linke Sauna, die rechte. Ja. Ja. Ah, der ist einfach rausgerannt. Komm, komm, komm. Komm, komm. Ich bin noch nicht. Ist mir egal. Ich habe es. Knapp, knapp, knapp. Boah. Ich habe mich, bei dem ich die ganze Zeit gesehen habe. Ich habe keinen Gerät angehabt. Durch die Decke durchzieht er mich. Du weißt schon, wer alle vier Objekte gemacht hat. Ja. Aber das ist nicht wahr. Wolltest du jetzt mal das weiße ausspülen? Kannst du machen. Kannst du einsteigen. Oh, vor allem nicht. Ja, dann muss ich mal Team wechseln oder nicht? Du musst Team wechseln. Ich meine eh schon. Aber zuerst sollte man noch Team wechseln. Ich muss eigentlich noch was umstellen. Jetzt bist ja du wieder eine Beine. Ja, ich muss jetzt noch umstellen, weil der Angst mich das umgestellt hat. Ja, dann gehst du jetzt mal wieder nicht drauf. Dann drehe ich durch. Was ist denn jetzt auch? Außer dass du dann so passt oder was? Ja, so will ich auch nicht halt. Ja. Gut. Du hast dann Camouflage-Anzug gehabt. Nicht so schlecht. Ich bin bereit. Ich bin bereit.